Hallo und Willkommen zurück zu Spider-Man in diesem Kampf Das war ein hartes Training Sieht antik aus Ich glaube ich kenne jemanden der mir was über die Herkunft sagen kann Aber das kommt später Okay Wenigstens eine, eine Ich habe mit Craig gesprochen Sie sind gar nicht seine Reporterin Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts Hab ich nie gesagt Sie werden kein Wort darüber schreiben Was ihr vorliegt Was wissen sie über die Akte die gestohlen wurde Auch ne Video-Kamera drin Was ist mit der heißen Ware die Fiske hier im Auktionshaus angeboten hat Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören Okay Hey, alles okay Ja, aber sie sind mit der Akte entkommen Tut mir leid, ich mach's wieder gut Amt erst mal jetzt Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen Gern, bis gleich Okay, ihr seid, ist ja komisch Beschwert sich darüber Als, dass Peter so tut, als wäre das habe ich ja nichts gewesen Aber gern, bis später Schau, ne Man kennt's ja Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes Absolut Die besten in der Stadt Also, wie läuft's beim Bugel? Hm, na ja Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung Mal wieder Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert Oder auch nicht Die gruseligen Maskenjungs Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter Ja, kann sein Lass uns nicht nur über den Job reden Wie, wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch Du weißt, dass Oskob dich sofort einstellen würde Ein Anruf bei Harry Klar, aber Dr. Octavius' Arbeit wird Millionen helfen Ich bin genau da, wo ich sein möchte Da, wo ich sein sollte Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job Das sind ja völlig neue Töne von dir In sechs Monaten kann sich viel ändern Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein, ein, ein Essen unter Freunden Freunde Das sind wir also Wär doch schön, also Wär doch schön, also Wär doch schön Was denn drum? Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck Ja, schon, aber Ist das so schlimm? Ich meine Im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Äh, wie Geld Und Schlüssel Und Himbeerlippenbalsam Okay Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Noch mal Glück gehabt Reden wir später Geh schon Na ja Schön euch wieder zusammen zu sehen Ihr wart schon immer meine Lieblinge Das ist ein Problem, Stanley Der war dann gerne in deinem Lokal Das ist Mix Das ist Mix Oh Gott Und zwar kann ich anfassen Abgeschossen Hey Ich bin's Was machen diese Einheiten Auf der dritten Offenbar ist unser alter Freund Hermann Schult wieder da Schocker Ist der nicht auf Bewährung? Tja Hat wohl nichts gebracht Keine Angst Hermann ist eine Pfeife Den habe ich vor dem Bettofall Wieder in Rikers Okay Aber Bevor wir uns darum kümmern Äh Da gibt's noch gar keine Türme Gut dann Ich war gerade essen mit meiner Ex Nachdem ich sie von maskierten Kriminellen gerettet hatte Und jetzt vermöble ich einen Irren Der Leute schockt und ausrammt Was für ein herrlich normales Leben Peter Parker Ja ist doch ein bisschen nett So mehr Will ich da auch sowas tun? Außer den Schockartell Den kann man weglappen Peter Ich wollte nur sicher gehen Dass keine Ausrüstung von ihrem Freund Mehr im Labor herumliegt Mir ist das egal Aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt Keine Sorge Doc Ich achte darauf Nichts liegen zu lassen Aber ich weiß Dass mein Freund Ihre Hilfe zu schätzen weiß Es gibt viele Leute Die ihn nicht mögen Dieser Hanswurst Jameson Und seine Schafhinde Witt Menschen die Großes Auf dieser Welt vollbringen Lassen sich von Tyrannen wie ihm Nicht aufhalten Menschen wie wir Da sagen sie was Doc Bis bald Super Landung Habe ich geübt Ah Tun aktiviert Was bist du denn? Fistversteck Wie schön Ja super Das wollte ich ja nicht Das wollte ich ja nicht MJ hat diesen Artikel in der Schülerzeitung über Studentenproteste geschrieben, sie war schon damals eine tolle Journalistin. Captain, ich beobachte eine Baustelle von Fisk und die ganze Ausrüstung hat eine Staubschicht. Ist die dann was zur Show? Das ist mein Tipp. Ich seh mir das genauer an. Wenn die glauben, der Boss hält im Knast die Füße still, dann kennen sie den Boss nicht. Die Ausrüstung sind im Fallen. Das ist sicher. Das dachte er und der Bürgermeister so ein Kumpel. Sie haben zusammen gearbeitet. Der Boss hat ihm nie getraut. War wohl auch richtig so. Was ich gehört habe, wird sich Osman bald wünschen, er hätte sich an seine Freunde erinnert. So. Ähm. Nein. Gleich gehe ich einen trinken. Oh. Oh wow. So nah war ich jetzt meine Sinn. Oh. Oh wow. Hmm, 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 hmm. Oh! Ich muss hier für Sicherheit sorgt, bis der Boss draußen ist. Dich auch mal einwickeln. Ah, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Spiderman, die Baustelle hat Beton anliefern lassen, mit dem man zwei Projekte bauen könnte. Warte, nichts sagen. Sie verstecken Drogen im Beton. Das glaube ich auch. Wir brauchen einen begründeten Verdacht, um das bestätigen zu können. Den bekommst du. Der wird schwächer! Das stopft ihr das Maul! So! Ich kann nichts zu euch sagen. Das kann ich nur zu werfen. Das wird ein mieser Tag für dich. Und noch mehr. Nicht drängeln! Ich kümmere mich um jeden persönlich. Ich bin es auch in liebe. Gut. Ah, ich kann nichts beton. Das ist nicht Blust! Das wird weским! Ich geh das Klinge! Ich geh das Klinge! Das war das Mieter! Das war das Mieter! Das war das Mieter! Oh! Verstärkung! Okay, ich wollte böse Jungs einspinnen und Sprüche klopfen, aber mir fällt echt nichts mehr ein! Wir schaffen das! Ich schieb das Mieter! Ich schieb das Mieter! Ich stirb endlich! Was dann? Fehle, du Trin! Was? Aus! Er ist verletzt! Wir geben den Rest! Raus! Das wurde ein mieser Teil für dich! In der Luft treffe ich hier nicht! Ich sterbe hier! So! Wir kommen sonst nicht! So! Das Versteck auch aufgelöst! Puh! War sehr angeschränkt! Oh! Das haben wir gut gemacht! Oh! 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 Cool aussehen! Schade! Ähm! Ich bedanke mich fürs Zusehen! Eine etwas längere Folge! Und sage Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!